Rentner bekommen auch die Inflationsausgleichsprämie. So kann es gehen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ich erhalte immer auch ganz, ganz viele Nachrichten oder ganz viele Mails zum Thema Inflationsausgleichsprämie für Rentner. Und viele Rentnerinnen und Rentner fragen, warum bekommen wir keine Inflationsausgleichsprämie, so ähnlich wie die Mitglieder der Bundesregierung, Beamte, pensionierte Beamte und so weiter und so fort. Wie kann das eigentlich sein? Meine Damen und Herren, es ist völlig unstrittig, dass Rentnerinnen und Rentner auf dem normalen Weg keine Inflationsausgleichsprämie bekommen. Sie wissen ja, der Bundeskanzler hat in einer Bürgerbefragung klipp und klar gesagt, nö, gibt es nicht, ist einfach zu teuer, würde bei jedem, wer 3000 Euro Inflationsausgleichsprämie bekommen möchte, würden das ungefähr 60 Milliarden Euro Mehrausgaben sein, können wir uns nicht leisten. Ja, aber im gleichen Atemzug, das wusste er auch zu diesem Zeitpunkt schon, hat er ja die Inflationsausgleichsprämie auch bekommen oder zumindestens war klar, dass er den Anspruch haben würde, er, der Bundeskanzler. Aber das ist eine andere Sache, ja, sondern es geht ja um die Frage, wie können sie auch die Inflationsausgleichsprämie bekommen, ist relativ einfach. Rentner können die Inflationsausgleichsprämie beziehen, das ist völlig klar und auch, rechtlich einwandfrei, wenn sie als Rentner in einem Arbeitsverhältnis stehen oder zum Beispiel einen versicherten Minijob machen. Dann können sie, wenn das tariflich gebunden ist, gegenüber ihrem Arbeitgeber Anspruch auf die Inflationsausgleichsprämie haben, wenn tariflich festgelegt ist, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Beschäftigte Anspruch auf diese Prämie haben oder aber zum Beispiel der Arbeitgeber freiwillig diese Prämie an sie zahlt. Das ist rechtlich möglich und zwar noch bis Ende 2024. Meine Damen und Herren, es ist überhaupt gar keine Frage, dass Rentner auch die Inflationsausgleichsprämie bekommen können, aber das ist gekoppelt eben an einem Beschäftigungsverhältnis und an die Tatsache, dass der Arbeitgeber entweder freiwillig zahlt oder aber aufgrund eines Tarifvertrages oder wie auch immer Betriebsvereinbarung so gebunden ist, dass er ihnen auch die Inflationsausgleichsprämie zahlen muss. Die Inflationsausgleichsprämie ist steuerfrei, sie ist abgabenfrei, also auf die Inflationsausgleichsprämie werden auch keine SV-Beiträge, Krankenbeiträge, Arbeitslosengeldbeiträge und so weiter. Das wird alles nicht abgezogen. Das wäre also eine feine Sache. Meine Damen und Herren, der VdK, die Präsidentin, die Frau Bendele, die fordert ja schon seit geraumer Zeit, dass es für alle Rentnerinnen und Rentner ähnlich wie bei Pensionären eine Inflationsprämie geben soll. Die voraussichtliche Inflationsprämie bei Pensionären liegt im Schnitt bei 2040 Euro. Das hängt sozusagen mit den entsprechenden Ruhegehaltssätzen zusammen, die Pensionäre so im Schnitt bekommen können. Also, ich würde auch sagen, wenn man eine solche Lösung treffen könnte, dass man pauschal allen Rentnerinnen und Rentnern da so 1000 Euro oder 2000 Euro zahlt, wäre das keine schlechte Sache. Ansonsten müssen Sie sich ein Arbeitsverhältnis suchen, gegebenenfalls mit dem Arbeitgeber sprechen und ihn fragen, ob er denn bereit ist, die Inflationsausgleichsprämie zu zahlen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.